Tja, ich kenne sie ja noch als Kind, wie sie noch in der Hosen gemacht haben. Das war alles andere wie tote Hosen. Ja, ja, und liebe Jungs, ich habe die Fotos hier mal alle rausgesucht. Aber das sind liebe Kinder. Auf eine Schallplatte haben sie sogar drauf gedruckt. Kuddel und Andi danken ihre Mamas für Wäsche waschen. Ja, so lieb. Habe ich denn gar kein Foto von den Faust? Der ist ja auch aus Wannereikel, der fährt sie immer. Der ist aus dieses gekackelte Geschäft unten an der Ecke. Also die Jungs, ich habe es da eigentlich früher immer so für Säufer und blöd gehalten. Aber die sind ganz schön fit, musste ich im Nachhinein feststellen. Im Laufe der Zeit.